Ich unterzeichne heute die neue Amateurfunkverordnung. Warum ist die so wichtig? Es gibt viele begeisterte Freundinnen und Freunde des Amateurfunks in Deutschland, die ihre Sender selbst bauen und die sich mit anderen verbinden. Menschen, die neugierig sind und sich kreativ einbringen. Die Verordnung wird ein Jahr nach Verkündung in Kraft treten und nebenbei digitalisieren wir damit auch noch die Amateurfunkverwaltung. Untertitelung des ZDF, 2020